Mein nächstes Stück wird Goodbye Pogbehead sein von Charles Mingus. Dieses Stück haben wir in der Pestalozzi Big Band in unserem AUM-Programm, das wir auch am Jazz-Festival gespielt haben, auch gespielt. Und dieses Stück, finde ich, hat eine sehr tiefe emotionale Bindung zu dem Stück aufgebaut, weil ich finde, es ist sehr emotional und geht sehr in die Tiefe und erzählt eine Geschichte, die ich unglaublich bewegend finde, ja, vom Abschied von Lester Young. Und ich möchte diese Geschichte auch versuchen zu erzählen in dem Stück. Und ich möchte diese Geschichte auch versuchen zu erzählen, und ich möchte diese Geschichte auch versuchen zu erzählen, von Lester Young. Musik 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 Musik